Meinen zweiten Stopp bei der Erstentdeckung der Kompass-Box-Serie mache ich beim Gewürzbaum. Mal schauen, ob da der Name Programm ist. Ich vermute es mal. 46 Volumenprozente, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky-Turn-Table. Vorhin hatte ich hier unseren Obstgarten. Da war der Name Programm. Deshalb meine Anspielung eben im Intro. Und hier, ja, wenn eine Abfüllung wirklich Gewürzbaum heißt, obwohl da Obstgarten, hätten sie ja auch Gewürzgarten nennen können. Aber nein, es geht hier um Holz. Ich habe ein bisschen gelesen, sie kombinieren französische Eiche mit amerikanischer. Ja, ist jetzt, sie haben das Rad nicht neu erfunden, aber sie lassen sich da wohl eigens Fässer bauen. Die Dauben aus amerikanischer Eiche und die Deckel dann aus französischer. Hört sich erstmal clever an, muss ich so sagen. Auf deren Internetseite schreiben sie, dass es vor vielen, vielen Jahren schon mal eine Abfüllung von denen gab, die The Spiced Tree hieß. Aber die durften sie dann wohl nicht mehr verkaufen. Und dann, das liest sich eigentlich sehr witzig. Und wir wissen ja, wie engstirnig da die schottische Whisky Association ist. Und ich finde es toll, immer wenn ich das auch früher gelesen habe, dass die Kompassbox da irgendeine neue Abfüllung hat und die da auf die Barrikaden gehen. Dann dachte ich, ja genau, richtig so. Und sie schreiben es auf ihrer Seite so, mit diesen Hybridfässern, die sie jetzt da verwenden, sollte auch ein konservativer schottischer Whisky Trinker damit einverstanden sein. Ich blende euch mal die Farbe ein. Da habe ich jetzt den Obstgarten und daneben den Spanier auch noch dabei. Tolles Farbspiel. Da kann man mal sehen, was man wirklich als kreativer Whisky Freund sich so alles einfallen lassen kann. Sieht richtig schön aus. Also würde ich mir an der Wand hängen. Könnte ich mal machen. So, sonst, ich genau, ich nehme das mal eben. Ich habe es schon eben in meinem anderen Video gezeigt. Man kann sich PDFs runterladen zu jeder Abfüllung. Finde ich total klasse. Und da gefällt mir vor allem dann die hinteren Seiten sehr gut. Denn da haben wir wirklich aufgeschlüsselt, was wir da im Glas haben. Also genau das, was ich hier, glaube ich, in die letzten 200 Videos immer gefordert habe. Mehr transparent. Hier habe ich sie. Ihr habt es ja kurz eingeblendet gesehen. Das mit diesen Ringen. Ich interpretiere es als Jahre. Könnte ich mir so vorstellen. Ich weiß, die Scotch Whisky Association, die mag das gar nicht, unterschiedliche Altersangaben. Hat da klare Regeln. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass deswegen hier nichts dabei steht. Wir haben hier Whiskys von Glen Moray. Balmenach. Ich glaube, die sprechen sich so aus. Ich hatte noch nie einen von denen, muss ich sagen. Dann haben sie hier wieder ein Highland Malt Blend. Genau, Highland Malt Blend und Highland Malt Blend. Da werden jetzt, er wird dreimal angegeben, weil er einmal leicht getoastet ist. Heavy getoastet, die Fässer. Und einmal Medium. Sonst vom Alter, von den Ringen sind sie relativ gleich. Ich zähle mal durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Auf zwölf Ringe komme ich. Bei den Balmenachfässern nur auf elf. So, und dieser schottische Highland Malt Blend besteht aus. Also hier, ich habe hier Angaben ohne Ende. Mal mal eben gucken. 25% Tomaten. Da ist dann auch wieder Glen Moray drin. Und 15% dann auch wieder vom Balmenach, der vorher in den ersten Batches wohl irgendwo schon mal verwendet wurde. Also sehr interessant. Ist ja schön, so eine Art, so ein bisschen so leerer Einfluss. Klasse. Bin hellauf begeistert. Ich muss bei dieser Abfüllung mit französischer Eiche irgendwie an diese Glen Livid 15 Jahre French Oak oder wie sie heißt, Abfüllung, denken. Ist schon ewig her, dass ich die probiert habe. Und ich habe sie irgendwie als negativ abgespeichert. Ich müsste mal wieder ran. Damals war die französische Eiche etwas zu viel für mich. Aber hier vielleicht, wenn es nur die Deckel sind. Nehmen wir ihn mal. Oh ja. Ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Muskat. Ich bin eh nicht erkältet, sonst würde ich keine Videos drehen. Aber ich habe das Gefühl, als würde meine Nase aufgehen, wie man das manchmal hat, wenn man erkältet ist. Und dann irgend so ein, was weiß ich, Mentholzeug nimmt oder so, Nasenspray. Und dahinter so ein minimal Zimtick mit so ein bisschen Zucker da drin. Also es wird so leicht süß, wie es auf manchem Kuchen so drauf ist. Nochmal eben gucken. Also ich habe jetzt keine Sherry-Aromen. Es steht... Ja gut, diese Fässer lassen sie sich ja eh selbst machen. Genau, Custom French Oak Barrel. First Fill Bourbon Barrel. Und was er mit den Deckeln auf sich hat, das steht jetzt hier separat nicht. Aber so habe ich es gelesen. Ich wollte nur mal schauen. Also ich habe da nämlich... Bei dem Obstgarten war sogar ein bisschen Kalila drin. Aber das taucht hier jetzt wirklich nicht auf. Tja. Bei dem... Sagt man schnell Obstgarten hatte ich so blumige Noten. Hier sind die so ein bisschen intensiver und geht dann so in so eine Parfümnote. Also so eine leicht blumige Parfümnote. Minimal im Hintergrund, hinter den Gewürzen, hinter dem Holz. Auch so leicht. Wie soll ich sagen? Ein Schokokrossi wäre zu viel gesagt. Aber irgendwie so leicht geröstet, leicht Schokolade, leicht herb. Also ich möchte jetzt nicht sagen Mandel-Lig. Das passt nicht ganz, aber... Ja. Der bleibt mir von der Nase auf jeden Fall besser in Erinnerung als der Glenlivet, 15 Jahre. Würzig. Karamell, Toffee, würzig, holzig. Hat ja auch einen Fruchtanteil. Ein bisschen eher dann fast schon wieder malzig werdend. Malzige Noten. Leicht süßlich. Also das ist kein super süßer Malt. Eher dann ein wenig Citrus-Einfluss. Und dann so eine malzige, dumpfere Note. Beim anderen habe ich gesagt, hier frisch und luftig. Und man hat sich irgendwie wie draußen gefühlt. Und hier wie in irgendeinem älteren Gewürzladen im Sommer mit Schaufenstern, wo die Sonne so reinfällt und die Wärme aufsteigt. Dem fehlt ein bisschen Sherry-Einfluss. Ja, ich weiß, wir kommen ja gleich noch zum Spanier, aber... Das Ganze hier kombiniert mit so leichten Sherry-Einfluss. Ich müsste sowas auch machen, ganz im Ernst. Ich weiß nicht, ob was Gutes dabei rauskommt, aber ich hätte den ganzen Tag Spaß. Das sage ich euch. Ich finde ihn nicht so cremig, sämig, sahnig wie den Obstgarten. Aber er ist auch nicht unruhig. Er hat dann eher so ein leichtes Toffee mit einer... Ich weiß nicht, wenn man jetzt Toffee-Fee sagt, da hat man dann auch wieder gleich die Nuss drin. Aber das geht mehr so Richtung Nussschale. Nussteilchen, die man immer raussucht, wenn man eine Nuss knackt und nicht die mit drin ist. Ich kann euch noch nicht mal sagen, also eher Haselnuss als eine Walnuss. Und zum Ende hin wird er dann doch noch mal Süße durch. Also ich habe schon bei anderen gesagt, dass wenn mich mal jemand fragt nach einer guten Whisky-Empfehlung, für jemanden, der zwei, drei Molls vielleicht schon probiert hat. Also ich würde ja fast sagen, die beiden kann man sinnbildlich nehmen, um jemandem zu erklären, warum schottischer Whisky so vielfältig ist. Ja. Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, ich nehme noch den Spanier dazu und den rauchigen, dann habe ich ein ganz einfaches Tasting aufgebaut. Und könnte, glaube ich, viele Leute damit abholen. Und würde ja fast sagen, gut, also sie sollten schon ein bisschen Whisky getrunken haben, denn ich denke, mit 46 Volumenprozente knallt das gleich ziemlich rein. Also das muss ich jetzt sagen. Ich finde es super, richtig schön, überhaupt nichts zu meckern. Etwas mit Schluck zu Schluck. So ein bisschen trockener, herber, bitter, in vorsichtigen Maßstäben genannt. Ja, leicht trockener während. Und dann, wenn dieser erste Spalt, da ist auch so ein bisschen dann diese Citrusnote, finde ich nochmal. Und dann kommt dann wirklich die Süße. Auf was bin ich gekommen? Zwölf Jahre oder so? Ja, das sollte man doch hinkriegen mit dem Alter. Finde ich gut. Ich weiß nicht, ob ich den ehrlich gesagt brauche. Also ich würde sehr wahrscheinlich zwischen dem Obstgarten, den würde ich mir sofort in die Hausbar stellen, wenn da mal wieder was Fruchtiges alle ist. Und dann mal gleich den Spanier testen, wie der so ausgelegt ist. Ich hoffe, der hat auch so leichte Ansätze hier von so einem schönen Gewürzbaum. Oder man muss sie dann selber nochmal zusammen mischen. Könnte die Kompassbox ja auch mal empfehlen. Leute, mischt unsere Molls nochmal selber untereinander. Ja, kleiner Tipp. Okay, ich kann euch noch nicht ganz versprechen, wir haben es noch früh am Abend. Ob ich heute noch den Spanier mache oder erst die Tage, ihr werdet es sehen. In diesem Sinne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ja. 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 Vielen Dank.